Musik Diesmal kein rundes Deckenornament, der zumindest so halb rund, wobei es ist ziemlich eckig, rund, aber egal. Dafür aber wieder eine schöne Verzierung. Ich komme mir gerade vor wie in so einem Möbeleinrichtungshaus, beziehungsweise in so einem Architektenbüro, was so ganz modern tun will. Aber da bin ich natürlich nicht. Wo bin ich? Ich bin immer noch mitten in Schattige Oase. Das wusste ich natürlich auch auswendig. Ich wollte mich nur vergewissern, ob der Name denn auch richtig war für dieses Level. Und das war er. Und was auch richtig ist, das weiß ich noch aus dem Kopf und aus der Erinnerung von gerade eben, das brauche ich nicht nachzugucken, ist, dass wir die restlichen zwei Lampendiebe, aka Eierdiebe von damals aus Spyro 1, noch jagen müssen. Das sollten wir hinkriegen. Der erste war gerade eben in der letzten Folge für euch gar nicht mal so einfach wieder. Man hatte alle Gelegenheit, genau sowas zu machen, in die Lava rein zu plumpsen. Habe ich natürlich jetzt auch gerade extra gezeigt. Weil, äh, sonst könnt ihr euch das ja nicht vorstellen. Ich habe das ja noch nie gemacht bisher. Ich bin ja noch nie irgendwo reingefallen, wo man reinfallen könnte für das Spiel, ne? Okay, das, das ging sogar. Hat er gerade für mich das abgefedert? Super. Das ist ja ein netter Lampendieb gewesen. Ah, da ist wieder der, ich glaube, da mache ich mal eben den, den, äh, Geist platt mit diesem Lava-Granatenzeug. Das ist das Granatige, Granatenzeug der Lava-Cooperation. Vor allem wie provokant RCS da schon fliegt. Tja, voll in den Leisten gegen unser. Drei Gegner können wir noch plätten, wenn ich mich recht entsinne. 21 sind es in diesem Level. Wahrscheinlich haben wir diesen komischen Superflug-Powerpunkt, der gar nicht komisch ist, sag ich ihn aber so nenne, haben wir schon längst aktiviert. Aber, naja. Da ist der, ach, sieh mal einer an. Oh, das wird wieder ein bisschen, wo, tricky. Nein, ach, vor allem das, ich glaube, das wird mir am meisten zu Fängnis werden. Dass er da dann immer in diesen blöden Dingens reinfliegt. Boah, das war, das war fies. Voll gegen die Kante gesprungen. Na, komm. Ah. Biss. Leute, das ist doch viel besser als Formel 1. Oder nicht. Okay, das Ding haben wir auch schon mal geplätzt. Wer braucht schon Sebastian Vettel und Levis Hamilton, wie ich ihn immer gerne nenne. Ne, ich persönlich, also, weiß ich nicht, ich interessiere mich da überhaupt nicht für. Ich interessiere mich aber auch kaum für irgendwelche anderen Sportübertragungen, von daher bin ich da vielleicht kein weiß ich nicht, kein Sportübertragungsexperte, der jetzt das großartig beurteilen kann, was jetzt als Sportübertragung interessant ist und was eher nicht so. Von der sportlichen Seite her. Also, ob es irgendwie photogene Sportarten gibt oder eher nicht so. Aber ich bin eher so einer der Fraktionen, wenn schon Sport. Ich habe, äh, in meinem Leben bisher Taekwondo mehrere Jahre im Verein gemacht und Badminton war ich im Verein. Und, ja, gut, Schulsport rechne ich jetzt mal nicht dazu. Äh, wenn schon Sport, dann selber machen, finde ich. Da hat man erstens sehr, selbst viel, viel mehr von. Ich kann neue Leute kennenlernen. Unter anderem, man hat Spaß, teilt sich den Spaß mit anderen. Hilfe. So, ich muss jetzt mal eben Pause machen, bevor ich jetzt gleich Game Over habe. Oh, ich hatte mal. Ey. Ach doch, ich habe Sparks bekommen. Ich will gar nicht meckern. Okay. Boah, verdammt noch mal. Na, naja, und, ähm, deswegen, ich bin da eher so einer Do-It-Yourself-mäßig und sei aktiv und nicht passiv. Was ich aber auch, glaube ich, grundlegend so als so ein Motto von mir ansehe, was mehrere Sachen angeht, wo man immer so sagt, ach, das würde ich ja gerne mal machen und ach, das wäre ja auch mal interessant. Das war jetzt gerade extrem fies. Den hatte ich eigentlich schon gehabt, aber egal. Wo ich dann einfach so sage, ja, wenn es doch irgendwo wirklich im realistischen Bereich des Möglichen auch ist, um jetzt mal ein bisschen philosophisch hier zu werden, im möglichen und wirklichen Bereich, dann mach es doch einfach. Dann versuch es doch. Anstatt immer so zu sagen, nee, das und das. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, ich triffe jetzt ein bisschen ab vom Spiel, aber so gerade gibt es ja nicht viel zu erzählen storytechnisch. Ähm, zum Beispiel auch mit der, ja, mit meiner Bandaktivität, die ich jetzt seit, seit dem, ja, Anfang Juni habe, also jetzt schon knapp zwei Monate bestehen war, als Band. Ähm, das war auch so eine Sache, wo ich auch früher manchmal so gesagt habe, ja, könnte man mal machen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Aber ich habe mich halt nie getraut. Danke fürs Zurückbringen der drei Zauberlampen. Hier, nimm diese Kugel. So eine Elfe hat sie bei mir gelassen, aber sie will nicht richtig glänzen. Hm. Okay. Muss auch nicht richtig glänzen, Hauptsache, die bewirkt was. Auf jeden Fall, ähm, war es früher so, dass ich, ich habe ja schon, ich mache jetzt selber allein für mich Musik seit 2005, also da war ich 14, 13, 14. Ähm, und mache ja auch bis heute noch selber, so für mich Musik. Ein bisschen davon habe ich auch hochgeladen, hier auf diesem Kanal und auch auf dem Dave Durden Music Kanal, also auf meinem Zweitkanal, den ich seit Anfang Februar diesen Jahres, ah, schon wieder dieser Fehler, dieses Jahres habe. Verdammt nochmal. So was älte mich mal. Egal. Ähm, ja, und jetzt dann habe ich mir gedacht, ja, so Musik mit anderen zu machen, wäre mal ganz lustig. Ich hatte vor fünf Jahren oder so schon mal eine, eine sogenannte Jam Session, das ist jetzt für Leute, die jetzt nicht so Musikermäßig drauf sind oder Musik bewandert sind, ja, einfach mal so, so eine, so ein Treffen von Musikern, wie man so kennt und dann spielt man einfach drauf los. Das können irgendwelche bekannten Sachen sein, die man spielt, aber meistens sind es halt so, was, was einem gerade spontan in dem Moment einfällt und dann versucht man halt immer so darauf aufzubauen, ah, das was du gerade gespielt hast, das hört sich echt gut an, lass uns das mal irgendwie im Kopf behalten und dann spielt man halt dazu noch irgendwas anderes und dann addiert sich das zu einem, weiß ich nicht, im guten Fall zu einem ganzen Song und ja, auf jeden Fall, das hatte ich vor fünf Jahren schon mal gemacht mit meinem Casar und mit damaligen, ähm, Schulfreunden, beziehungsweise mit denen bin ich eigentlich heute auch noch befreundet und danach war aber lange Zeit erstmal Funkstille, da habe ich dann auch schon gesungen, da hatten wir irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube von den Red Hot Chili Peppers hatten wir irgendwas gecovert, Sky Tissue und von The Offspring hatten wir mal was gecovert, Self Esteem und solche Sachen halt, so, Rock, Mainstream Zeug, ohne das jetzt abwertend zu meinen, ähm, ja und dann war lange Zeit Funkstille, was das angeht, ich für mich selber singe sehr gerne und eigentlich jeden Tag vor mich hin, ähm, ungeachtet dessen, ob das jemand gut findet oder nicht, ich mache es einfach, weil ich Bock dazu habe, b-b-b-bock, ähm, ja und dann dachte ich mir, jetzt durch die Uni mittlerweile auch wieder viele Leute kennengelernt, ähm, da sind so ein paar Leute bei, wo ich mir so denke, ich meine, viele meiner Freunde sind eigentlich Musiker, wo ich mir so denke, ach mit denen, das könnte man jetzt eigentlich echt mal wieder ernsthaft versuchen, mit denen Musik zu machen, und, ähm, ja, habe ich mich mit, erstmal jetzt mit zwei zusammengetan, mit denen ich auch musikalisch in etwa auf einer Wellenlänge bin, was so mit das Schwierigste ist, weil man hat zwar immer viele Leute, mit denen man hier und da so ein bisschen, ähm, ja, musikalisch auf einer Wellenlänge ist, aber nicht so ganz, dass, dass man sagen würde, okay, damit möchte ich jetzt, mit denen möchte ich jetzt in einer Band spielen und mit denen kann ich mir das auch gut vorstellen, ne, und das ist bei den beiden Flitzbeapen, mit denen ich das jetzt mache, ist das auf jeden Fall gegeben, Spyro, meine Brüder sind in Stein gefangen, ich fürchte, du musst erst eine Art Kopfstoß lernen, bevor du uns helfen kannst, mhm, danke, dass ich mich dran erinnere, das Grundsee, ja, und dann habe ich jetzt mal mit einem Freund, der Gitarre spielen kann, vor einer Uni, und ich sollte vielleicht besser zielen lernen, habe ich jetzt mal ein Gesangscover aufgenommen, beziehungsweise er hat Gitarre eingespielt und die Drums mit so einem Drum, 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 mit so einem Drum Programmierungs, Tool aufgenommen, was echt ziemlich gut klingt für ein digitales Programm, was sowas angeht, muss ich sagen, also, und ich habe halt drüber gesungen, und im Nachhinein war es vielleicht nicht der optimale Song für mich, zumal es auch ein zweistimmiger Song ist, und ich habe halt nur einstimmig gesungen, und ich hatte deswegen ein paar Probleme, mich zu orientieren, aber im Nachhinein war es ein guter Schritt, weil ich mich das erste Mal damit dran getraut habe, vor anderen Personen so zu singen, bewusst, ich habe doch drauf gezielt, verdammt, muss ich mir nochmal anders hinstellen, das gibt es doch nicht, ne, und, ja, sonst hätte ich wahrscheinlich auch nie irgendwie großartig was, ich meine, das sagt man immer so, nie, aber dann hätte ich es jetzt erstmal in den, der nächsten nahen Zukunft damit nie angefangen, mit irgendwem, auch nur gedanklich in irgendeiner Band spielen zu wollen, und so bin ich froh, dass ich über meinen Schatten gesprungen bin, und gesagt habe, nee, komm, das machst du jetzt einfach, du hast nichts zu verlieren, du hast nur was zu gewinnen, und deswegen kann ich das nur jedem anderen auch empfehlen, wenn er irgendwelche solche Sachen hat, einfach machen, einfach versuchen, das klingt simpel, ich weiß, das ist immer schnell gesagt, aber nicht alles, was schnell gesagt ist, ist auch schwer umzusetzen, auch wenn das bei manchen Sachen der Fall ist, das ist doch jetzt nicht wahr, ich kriege, das ist jetzt nicht wahr, oder? Ich mache das, es muss auch mit den Dingern zerstört werden, bin ich mir doch ziemlich sicher, deswegen entschuldigt, wenn ich immer ab und zu mal ein paar, ein paar Mal abschweife, mit anderen Themen, die mit Spyro nichts zu tun haben, aber, ganz ehrlich, es gibt hier auch nicht immer irgendwas Spannendes und Ultra Wichtiges zu kommentieren, das muss man auch klar dazu sagen. Wie weit fliegt das Ding denn? Ich habe jetzt mal eine andere Taktik. Vielleicht ist das Spiel ja so symmetrisch aufgebaut, so mathematisch aufgebaut, dass ich von dem Rand da unten des Kreises das Ding treffe, weil das genau die Entfernung was, weil das genau die Entfernung irgendwie ist vielleicht, bläh, das hat sich jetzt sehr gelohnt, das Ding nochmal abzufrühstücken, die man braucht, um diese olle Schatzkiste nenne ich jetzt mal, um diesen ollen Tresor zu öffnen, den Safe zu knacken. So, daher, haha, Moment, Penner. Ey, Mist, verdammter. Ärgerlich. Wo war denn jetzt? Ich bin gerade ganz durcheinander. Wo ist denn jetzt hier das Lavabecken gewesen? War das hier? Ja. Vielleicht soll ich auch einfach mal die anderen beiden Flitzbiepen. Oh, vielleicht soll ich auch erstmal einen Sparks einsammeln. was ich eigentlich vorhin meinte, wenn ich hier am Rand stehe, vielleicht kommt das auf die Entfernung hin. Das wäre hingekommen, aber es ist, ich glaube, die kann man damit einfach noch nicht öffnen. Das kann man wahrscheinlich auch erst mit dem Kopfsprung machen, würde ich jetzt so sagen. Das, was er da hatte, kann ich auch noch nicht machen, denn ich kann den Kopfsprung hier noch gar nicht. habe ich übrigens schon erwähnt, dass ich den Kopfsprung noch nicht gelernt habe. Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Was ich übrigens auch noch nicht, noch nie vorher in irgendeiner anderen Folge erwähnt habe und das jetzt zum ersten Mal tue. Es ist leider so, ich habe ja hier einen sogenannten Timer rumliegen und der zählt mir immer die Zeit ab für die Folgen und dieser Timer ist jetzt zum ersten Mal überhaupt abgelaufen. Wow, das war glatt drüber geschossen. Ja, und jetzt bin ich am überlegen, war das die dritte Folge jetzt schon? Ich nehme ja immer so meistens vier Folgen, eine vier-Folgen-Session auf. Halb sieben haben wir schon wieder. Schlimm. Äh, ja. Auf jeden Fall. Weiter geht's in der nächsten Folge und dann schauen wir mal, ja, ob wir hier überhaupt irgendwie noch großartig was machen können in dem Level oder ob wir erstmal wieder raus müssen, denn wir können diesen ominösen Kopfsprung, von dem wir noch nie gehört haben, den können wir ja noch gar nicht. Hm. Und bis jetzt haben wir noch nicht wieder abgespeichert in diesem Spiel. Das ist eigentlich auch eine Seltenheit bei mir. Das machen wir gleich mal zum Anfang der nächsten Folge. Bis dahin würde ich sagen, recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.